Hallo, herzlich willkommen beim MIGA Caravan. Ich bin der Michael und ich möchte euch heute den zweiten Teil vor dem Wahnsinns-WCS-Bussystem vorstellen. Ich möchte jetzt heute ein bisschen mehr in die Tiefe gehen, das Video wird nicht mehr ganz so lang, sondern ich mache kürzere Episoden, dafür aber auch detailliertere. In den Kommentaren waren viele, viele Fragen gestanden, Fragen zum Beispiel, wie kann man das zusammensetzen, kann man Einzelkomponenten verbauen, was ist alles möglich, wie kann man das Ganze noch einsetzen und da gehen wir jetzt einfach mal stückchenweise Teil für Teil auch ins Detail von dem ganzen System. Eins aber von weg, ich werde Kommentare wie, ich will es gar nicht mehr eins zu eins wiedergeben, die schon fast ein bisschen beleidigend sind, wenn man anerkannte Firmen Bastelbuden nennt und wenn man denkt, man muss hier einen Wettbewerb starten zwischen Blau und Grün, das sind so Dinge, da distanziere ich mich komplett, was auch vollkommener Schwachsinn ist, was auch hier überhaupt nichts zu suchen hat, denn es ist eine tolle Geschichte, das WCS-System. Wir haben uns dafür entschieden, wir haben nun mal die Produkte und ich stehe dazu und das Bussystem von WCS ist einfach in der Kombination natürlich mit auch den WCS-Komponenten einfach gigantisch. Und darauf möchte ich einfach aufbauen und da möchte ich euch mitnehmen, um dass ihr euch euer eigenes Bild machen könnt, wie die Systeme sind. Natürlich zieht man mal den einen oder anderen Vergleich, der muss aber nicht immer gleich beleidigend sein, sondern der kann auch konstruktiv sein, weil das Bussystem von WCS kann nun mal echt viel. Und dazu gehen wir jetzt einfach an unsere Wand und gehen das mal sukzessive Stück für Stück ein wenig durch. Gehen wir einfach mal erst mal zu den einzelnen Komponenten. Wir haben hier das WCS-Hauptdisplay. Das ist meiner Meinung nach vollkommen ausreichend von der Größe, von der Übersicht, von den Daten, was ich auf den ersten Blick sehe. Ich sehe, was mein Batteriestand ist, ich sehe meine verbleibende Zeit, ich sehe meine Temperaturen, ich sehe den Frischwassertank, Grauwassertank, ich sehe noch verschiedene andere Dinge, wo man sich dann entsprechend einstellen kann. Hier unten haben wir Schaltmöglichkeiten, Inverter ein Ausschalten, Hauptschalter ein Ausschalten, Szenarium erkläre ich gleich, was ich hier programmiert habe. Kann man alles bedienen und muss dazu eigentlich überhaupt nicht viel grob machen. Das ist eigentlich schon mal ein sehr guter Indikator, wo ich hauptsächlich meine Informationen hole. Für mich ja eigentlich als Wohnmobilist, als Camper die erste und wichtigste Information, Was ist mein Akkustand? Das reicht mir in der Regel vollkommen aus, um schon mal einen Überblick zu kriegen, ob alles passt, ob ich noch Strom habe, ob ich in der Autarkie noch gut unterwegs bin. Und das ist für mich schon mal ausreichend. Was brauche ich zu dem Display noch dazu? Natürlich den Akku-Mess-Shunt. Das ist der Shunt, der dafür zuständig ist, die Ströme misst, um mir auch zu sagen, was geht rein, was geht raus, was wird verbraucht und rechne dann die gesamte Kapazität aus, die er hier anzeigt. Bis dato alles per Bluetooth, ohne Probleme kombinierbar. Also hier mit den beiden Sachen bin ich schon mal gut aufgestellt und habe schon mal eine moderne, tolle Anzeige. Jetzt kann man an dem Display alle weiteren Komponenten, wie zum Beispiel hier den Solarregler, über dieses herkömmliche Bluetooth-Modul verbinden. Ich gehe hier einfach auf Geräte und hier sehe ich ihn. Hier ist mein Solarregler. Das ist genau der Regler, was einfach hier über die Bluetooth-Schnittstelle, wir sehen, er blinkt blau, verbunden ist, muss keine Kabel ziehen, ist relativ einfach. So kann ich schon mal meine zwei, drei Kreise Solarregler hinzufügen. So, jetzt habe ich schon zwei Übersichtsgeschichten. Ich habe einmal meinen Messstand von meinem Akkustand. Ich habe meinen Solarregler, wo ich weiß, was ist mein Solarertrag, was dementsprechend hier auch alles angezeigt wird. Dann geht es natürlich letztlich in die Endkomponente. Das ist der große Verteiler. Den kann man dazu machen, das muss man nicht. Aber wenn man natürlich Smart haben möchte und dann auch noch Geräte schalten möchte, dann brauche ich auch noch diesen Verteiler. An diesen Verteiler wird dann angeschlossen. Wechselrichter, Ladebooster und so weiter, wie auch etliche Kanäle, die zu schalten sind. Aber auch Sensoren. Denn was auch im Prinzip eine tolle Geschichte ist, wenn ich das alles einrichte, kann ich sogar oder kauft ihr eigentlich dazu eine vollwertige Alarmanlage. Das ist echt genial. Warum kauft ihr die dazu? Gehen wir gleich näher drauf ein. So, ganz einfach. Hier habe ich einen Bewegungsmelder. Hier habe ich Temperatursensoren. Und hier habe ich Schließ- und Öffner-Magnete, wo an den Fensterkontakten oder Türkontakten installiert werden. Die kennt ihr im Prinzip auch, Ich gehe mal mit euch hier rüber von unserer T-Tronik-Alarmanlage. Das sind genau die gleichen. Fenster schließen, öffnen. Das ist im Prinzip nichts anderes wie auch der Kontakt. Voila. Hier. So bin ich jetzt in der Lage, alle Fenster und Türen zu sichern. Das heißt, wenn irgendwas passiert, kriege ich eine Push-Up-Meldung an mein Handy. Mit diesen Komponenten kann man jetzt verschiedene Szenarien darstellen. Man hat zum einen eine vollwertige Alarmanlage, weil ich kriege über Push-Up-Meldungen gleich auf mein Handy, auf meine Smartwatch, die Meldung, wenn hier irgendwas aufgeht oder sich innen drin was bewegt oder sich eine Temperatur verändert. Gleichzeitig kann ich aber an den Szenarien eine Hupe anschließen, ein Licht, ein Blitzlicht, ein Blaulicht oder was auch immer. Also man sieht, man hat hier ganz, ganz viele Möglichkeiten. Um euch das jetzt mal darzustellen, machen wir jetzt mal eins. Ich habe hier unten eine kleine LED-Stripe montiert. Das machen wir nur ein bisschen schöner. Jetzt habe ich die einfacher mal montiert. Und ich habe hier oben einen Bewegungsmelder. Ich habe ihn jetzt absichtlich umgedreht, weil sonst würde er ständig losgehen. Und jetzt pass auf, jetzt machen wir mal eins. Hier gehen wir mal wieder auf unseren Hauptbildschirm. Und jetzt machen wir einfach mal eins. Ich löse jetzt einfach mal den Bewegungsmelder aus. Ich nehme jetzt meine Hand. Ich lasse jetzt die Kamera mal da unten. Ich nehme jetzt einfach die Hand und gehe mal hinten hinter den Bewegungsmelder. So, zack, geht das Licht an. Seht ihr? Der Kanal wird freigeschalten. Das Licht geht sofort an und wird aktiviert. Ich kriege einen Alarmton. Ich kriege auf mein Handy eine Nachricht. Und natürlich hier auf dem Display habe ich auch eine Nachricht bekommen. Das ist natürlich schon geil. Hier kann man richtig tolle Szenarien dadurch bauen und kann dementsprechend alles Mögliche anstellen. Also da ist ja die Tragweite schon fast unergründlich. Also man hat so viele Möglichkeiten und haben natürlich auch zig Schaltausgänge. Man kann Hupen installieren. Man kann, ach, weiß der Teufel was, da kann man alles installieren. Spielt überhaupt keine Rolle. Wie gesagt, Lichter, was das Herz begehrt. Dann haben wir die Temperaturfühler. Auch mit diesen Temperaturfühlern können wir ja lauter verschiedene Szenarien bauen. Wir können die in den Kühlschrank legen und können gucken, dass unsere Frostsachen nicht kaputt gehen. Wir können die als Warnmeldung nehmen, wenn Winter ist, wenn das Auto frostfrei gehalten werden soll. Wenn die Heizung durchläuft, kann man die nehmen, damit man einfach eine Meldung hat, eine Kontrolle. Und wenn eine bestimmte Gradzahl unterschritten wird, dann führe bitte diesen und diesen Befehl aus. Auch das alles ist machbar. Und das können wir hier alles mit solchen Sensoren steuern. Also vom Grundsatz her ist es nicht nur ein vollautomatisches Bussystem, sondern wir haben ja eigentlich auch noch eine vollwertige Alarmanlage entsprechend, wo Dinge auslöst, wo Dinge schaltet, Hupen, Lichter und so weiter. Auch das ist durch dieses WCS-Bussystem möglich. Dann, da komme ich aber im nächsten Video drauf, ich habe es hier schon mal grob vormontiert, haben wir die Möglichkeit, mit dem neuen Ladegerät von WCS auch Dinge zu schalten. Man kann das Ladegerät programmieren, schalten, man kann Szenarien erstellen und, und, und. Also hier sind wirklich alle Dinge offen und unergründlich. Ich nenne es immer unergründlich, weil ich das schon von der Vielfältigkeit her phänomenal finde, was das System eigentlich alles kann. Und das Schöne ist halt auch wirklich, ich kann hier in die einzelnen Geräte reingucken. Jetzt gehen wir einfach mal hier in die Solargeschichte, kann ich reingucken. Ich kann in meinen Booster reingucken. Hier kann ich in den Shunt reingucken und, und, und. Und das Tolle ist halt, ich habe auch alles eins zu eins gespiegelt hier auf meinem Handy. Das ist jetzt im Prinzip genau die gleiche Situation und habe hier alle Möglichkeiten nochmal zum Schalten, zum Verwalten, zum Ablesen, wenn man das möchte. Und das ist schon alles sehr, sehr praktisch. Auch hier habe ich wieder meine Einzelgeräte, wenn man das möchte. Hier haben wir dann den Sensor, wo wir jetzt gerade ausgelöst haben. Der ist hier unten, den ich dann bestimmte Szenarien gebe. Und wenn ich jetzt hier oben gehe in meine Meldungen, sehe ich hier oben sofort Meldung ausgelöst, 18.24 Uhr, das war jetzt gerade eben erkannte Bewegung. Und dann löst er aus und gibt mir eine Push-Up-Meldung. Das kann man alles einstellen, ob ich eine Push-Up-Meldung will, ob ich eine Hupe will oder ob ich beides will und so weiter und so fort. Ja, ich finde jedenfalls das ganze System sehr gelungen. Das war jetzt ein Installationsbeispiel, was ich euch benannt habe. Ich möchte jetzt in regelmäßigen Abständen noch mehrere Videos draus machen, um einfach euch im Detail die ganzen Möglichkeiten immer wieder näher zu bringen. Wir werden hier auch immer wieder Muster aufbauen, wie jetzt gerade mit der LED-Auslösung, mit dem Bewegungsmelder hier. Das war ja nur ein Beispiel, dass er eine LED auslösen kann. Er kann natürlich, wie ich ja vorhin schon erwähnt habe, eine Hupe auslösen. So habe ich quasi schon fast eine Alarmanlage. Wenn man das nicht mit dem Bewegungsmelder machen möchte, kann man das natürlich auch mit den ganzen Fenster- und Türensensoren machen. Das Tolle ist natürlich auch, diesen Sensor, diesen Bewegungsmelder, wenn man Haustüren hat, kann ich einzeln abschalten, dass nur diese Sensoren wach sind. Also auch das geht. Also ihr seht, man hat da schon wirklich viele, viele, viele Möglichkeiten, Dinge umzusetzen und damit zu spielen. Das Gleiche kann man natürlich ums Fahrzeug drumherum machen. Man kann natürlich sagen, Bewegungsmelder erkennt eine Bewegung, jetzt schalt mir sofort meine Dashcam an und gucke ums Auto, was passiert. Auch das geht. Hier kann man ganz individuelle Schaltungen machen. Also das ist überhaupt nicht geprägt auf irgendwas Spezielles, sondern eben, man kann eine Dashcam starten, man kann eine Hupe, eine Sirene starten, man kann ein Blitzlicht starten, man kann eine Flutbeleuchtung starten, man kann ein Ladegerät starten, was totaler Quatsch ist, aber auch die Möglichkeit besteht. Das Gleiche ist bei den Temperatursensoren. Man kann ja auch sagen, wenn die Temperatur von 5 Grad unterschritten ist, dann bitte gib mir Information, dann kann ich, keine Ahnung, irgendwas loslaufen lassen. Auch das funktioniert. Also ihr seht schon die Grenzenlosigkeit an dem ganzen System und das natürlich immer auch über die Fahne. Das ist sehr, sehr praktisch. Man hat dadurch einfach viele Möglichkeiten. Ich persönlich finde es auch sehr sympathisch, wenn man die Geschichten so ohne Probleme per QR-Code sich aufs Handy spiegelt. Finde ich toll. Das ist jetzt nur mein iPhone, da kann man das drauf spiegeln lassen. Das Gleiche geht aber auch auf jedes Tablet, hat Götz und WCS ja auch schon mal gezeigt. Ich kann das auf verschiedenen Geräten abspielen, also gleichzeitig auf mein Tablet und gleichzeitig auf mein Handy. Das heißt, ich kann in meinem Fahrzeug vorne, hinten, oben, unten so viele Tablets und Schaltmöglichkeiten installieren, wie ich nur möchte. Ich kann vorne beim Fahren mir ein Tablet hinmachen, wo ich die ganze Busgeschichte drauf habe. Ich kann das hinten im Schlafbereich machen. Ich kann es in der Mitte machen, wenn man einen Liner hat. Also da gibt es unendlich viele Möglichkeiten, auch überall immer kontrollieren zu können, wo was angezeigt wird. Der nächste Punkt ist, da gehen wir nächste Woche drauf ein, die Füllstände, Wasserfüllstand, Grauwasserfüllstand, Schwarzwasserfüllstand, Gasfüllstand. Und dann kommt aber noch was dazu. Da wird sich dann auch nochmal WCS dazu äußern. Da nehme ich jetzt aber noch nichts vorweg, weil auch da gibt es dann wieder was Neues dazu. Also ihr seht, ganz, ganz tolle Geschichte und ich finde es echt geil. Also seid mir bitte nicht böse. Ich sitze jetzt hier mit meinem Handy. Ihr habt gerade das Licht gesehen. Ich möchte jetzt aber das Licht einzeln nochmal anschalten. Bam, ist das Licht an. Oder ich schalte hier gleich meine Invader nochmal an. Also mein Wechselrichter, dann ist der an. All das kann ich steuern von daheim aus. Klar, jetzt sagt man, für was ist das notwendig? Ich finde es manchmal schon schön und notwendig, wenn ich mein Handy oder mein Fahrzeug auf meinem Handy kontrollieren kann. Ich habe ja im letzten Video schon gesagt, ich mache tatsächlich den Versuch. Wir müssen natürlich nur ein Zeitfenster finden. Das ist immer ein wenig ein Problem, weil wir müssen ja auch arbeiten und unsere Kunden zufriedenstellen. Somit werden wir aber trotz alledem mein Fahrzeug umrüsten und tatsächlich den EBL-Block komplett entsorgen und werden dann entsprechend ein WCS-Bussystem einbauen, weil auch das kann dieses Bussystem, kann eine komplette Wohnmobilsteuerung übernehmen. Das geht ohne Wenn und Aber. Da brauche ich keinen EBL-Block mehr, dann brauche ich gar nichts mehr. Ich brauche nur noch den Jupiter als Verteilerbox, der genug Kanäle hat, wo ich schalten kann und daraus gehend dann entsprechend mein komplettes Wohnmobilsteuern. Ganz einfache Geschichte. Und ich möchte dieses System haben, weil EBL-Block ist für mich schon immer ein Grau, weil der ist seiner Zeit schon lang hinterher die Geschichte, das war mal. Also das ist überhaupt nicht mehr zeitgemäß, das Teil. Und dann werden wir die Dinge einfach anders lösen. Und das finde ich unheimlich sympathisch, was man hier alles tun kann. Also nochmal ganz kurz zur Wiederholung. Wir können die Kleinstausstattung nehmen. Wir nehmen einfach ein Display und ein Shunt und schon haben wir ein System. Wir haben ein schönes Touch-Display, wo eine schöne Übersicht ist, Solarregler ist integriert, mein Messstand von meinen Batterien ist integriert und alles in einer App. Das ist schon Bombe. Sorry, ich finde das richtig geil mit der Übersicht. Und jetzt muss man auch mal eins erwähnen, was ich auch sehr schön finde. Ich weiß gar nicht, ob ich das das letzte Mal gemacht habe. Ich finde auch die Grafik sehr toll. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde die Grafik echt der Hammer. Wenn wir jetzt mal auf die Solaranlage gehen, leider Gottes läuft jetzt nichts, sehen wir hier, dann läuft hier auch noch immer so ein gelber Blitz rum, damit man sieht, dass die arbeitet. Jetzt gerade arbeitet sie nicht, weil der Akku voll ist. Kann natürlich nicht funktionieren. Aber es ist schon echt eine coole Nummer. Ja, liebe Kemper, bis hierher, jetzt habe ich schon wieder genug gebabbelt. Ich sage ganz lieben Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich wieder auf eure Kommentare. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Ich wünsche euch jetzt erst einmal eine wunderschöne Zeit. Bleibt mir alle gesund. Und euer Micha. Wir sehen uns. Bye, bye. Ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.